Du willst Muskeln aufbauen, ja, sagst, hey, es hat mir Zeit, dass ich Muskeln aufbaue. Und du fängst an zu trainieren, du gehst regelmäßig zum Kraftsport, zu Hause oder im Fitnessstudio, außen und du machst und tust, du ernährst dich auch ganz gut, du achtest auf Protein, du achtest auf regelmäßige Zufuhr von hochwertigen Lebensmitteln. Du machst und tust und machst und tut und es passiert nichts. Das ist jetzt die spannende Frage, warum passiert da bei dir nichts? Warum wächst deine Muskulatur nicht? Und jetzt gibt es Folgendes abzuklären. Und zwar das Erste ist, hast du eine Veranlagung für Muskelaufbau? Es gibt Menschen, die haben sehr viel schnell zuckende Muskelfasern. Das sind die sogenannten FTG, Fast-Switch-Muskelfasern, glykolytisch arbeiten, mit Zuckerarbeiten. Die haben einfach von Natur aus einen krassen Vorteil. Die gibt es, okay. Dann gibt es das Testosteron, männliches Hormon. Das haben manche auch, manche mehr, manche weniger. Es gibt welche, die haben einfach sehr viel davon. Die haben es auch wieder viel einfacher. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass alle Parameter, wie zum Beispiel, du hast ausreichend Muskelfasern, schnell zuckende. Du isst anständig ordentlich. Du trainierst regelmäßig. Deine Trainingstechniken stimmen. Du weißt, was du zu tun hast für einen Muskelaufbau. Du berücksichtigst sämtliche Regeln für den Muskelaufbau, dass die Satzlänge stimmt, dass die Wiederholungszahl stimmt, die Bewegungsgeschwindigkeit stimmt, dass du die Reize ständig änderst. All diese Parameter stimmen. Du schläfst auch lang genug. Also du hast nicht nur vier Stunden oder fünf Stunden Schlaf. Auch das funktioniert bei dir wunderbar. Also alle Parameter, essenstechnisch, schlaftechnisch, trainingstechnisch, alle Parameter passen. Und du nimmst keine Muskelmasse zu. Jetzt ist die große Frage, an was liegt das? Warum nimmst du keine Muskelmasse zu? Und da gibt es einen Faktor, der leider bei vielen Menschen nicht berücksichtigt wird. Und zwar den Faktor Hormone, Stresshormone. Ja, du hast Testosteron, du hast männliche Hormone. Das ist super. Und zwar in ausreichender Menge. Du bist also nicht unterversorgt mit Hormonen. Das ist geklärt. Aber du hast im Gegensatz dazu viele Stresshormone. Weil du einen Job hast, der super anstrengend ist. Weil du in deiner Familie auch große Herausforderungen hast. Weil du als Persönlichkeitsprofil jemand bist, der selbst auch ein Stück weit Stress zulässt und Stress produziert. Somit ist die Frage, könnte der Stress der Faktor sein, der bei dir den Muskelaufbau verhindert, behindert? Dann kann ich dir eindeutig ein Ja sagen. Es ist in der Tat so, unser Stresshormon ist unglaublich mächtig. Dieses Stresshormon Cortisol hat natürlich einen Wert, genauso wie Adrenalin, No Adrenalin. Das ist ja nicht so, dass der Körper das einfach so produziert, weil er Lust und Laune dazu hat. Sondern hinten dran steckt immer ein Mechanismus. Es ist ein Reiz, der ausgelöst wird, was dafür sorgt, dass der Körper diese Hormone überhaupt produziert. Jetzt müssen wir mal überlegen, für was sind denn eigentlich diese Hormone da? Für was ist das Adrenalin da? Für was ist das No Adrenalin da? Und für was ist das Cortisol da? Also Adrenalin, No Adrenalin war früher so. Der Mensch war in einer Gefahrensituation und musste blitzschnell darauf reagieren. Fight or flight. Die Nebennierenrinde hat dann angefangen, Hormone zu produzieren. Und genau diese Hormone wie Adrenalin ist wichtig für die Kraft, für die Explosivität, für die Schnelligkeit, für die Power, für die Leistung. Der Körper läuft auf Hochtour, er bekommt ganz viel Energie auf einmal. Nur Adrenalin ist für die Sinnesorgane, für die Augen, fürs Gehör, für den Geruch, dass wir natürlich besser riechen, besser sehen, besser hören können. Dass wir besser auf die Gefahr reagieren können. So, also hat natürlich dieses System einen Sinn. Früher war es überlebensnotwendig, denn wenn du im Wald gestanden bist und der gegnerische Stamm stand dir gegenüber, hast du nicht gesagt, Moment Freund, lass uns erstmal diskutieren. Das hat dann nicht funktioniert, da gab es die Keule auf dem Kopf. Oder Säbelzahntiger kam ums Eck und hat dich angeplärrt, dazu gesagt, Moment mal lieber Säbelzahntiger, ich müsste jetzt erstmal, vergiss es, der hat dich gefressen. Entweder fight or flight. Also das System hat Sinn. So, und jetzt haben wir heutige Situation, zum Beispiel, du hast einen Job. Und in einem Job wird viel von dir verlangt. Du persönlich neigst auch dazu, perfektionistisch veranlagt zu sein. Du bist jemand, der ständig an seine Umwelt, an seine Mitarbeiter, an sich selbst sehr hohe Anforderungen hat. Auch unter dem Grund, weil du natürlich auch ein Stück perfektionistisch veranlagt bist. Du möchtest natürlich in deinen Job weiterkommen. Es sind kleine Ängste in dir, die Angst haben, dass du das nicht schaffst, was du schaffen möchtest. So, und diese ganzen Verhaltensmuster sorgen dafür, dass du ständig einen kleinen Säbelzahntiger hast, der ständig plärrt. Du hast Kunden, die dich anrufen. Du hast Mitarbeiter, die von dir Aufmerksamkeit verlangen. Du hast eine Familie zu Hause, eine Frau, die braucht für die Aufmerksamkeit. Deine Kinder brauchen Aufmerksamkeit. Dein soziales Umfeld braucht Aufmerksamkeit. So, und in dem Moment hast du überall so ganz kleine Säbelzahntiger, die dich ständig anfauchen. Ständig hast du eine Dosierung an Fight-or-Flight-Hormonen. Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, ständig in Produktion. So, und jetzt haben wir ein Problem. Erstens mal durch diese Zustände der Anspannung, was wir jetzt nicht unbedingt als krass negativ bezeichnen müssen, aber das ist einfach eine Anstrengung, was dein Körper Energie kostet, was dein Körper Ressourcen kostet. So, und die sorgen erstmal dafür, dass du oftmals gar nicht die Power hast, im Training so zu trainieren, wie du trainieren könntest. Denn entscheidend, ob du Muskeln aufbaust, ist natürlich viele Parameter wie Hormonsystem, wie Ernährung, wie Schlaf und so weiter und so fort. Aber, wenn du keine Energie hast, wenn du ständig erschöpft bist durch diesen erhöhten Stressspiegel, wird es nicht dazu führen, dass du mit ausreichend hohen Gewichtsbelastungen arbeiten kannst. Somit werden die Gewichtsbelastungen, die Reize immer niederschwellig sein. Einmal. Nummer zwei. Wenn du ständig einen erhöhten Stresshormonspiegel hast, in Form von Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, in dem Moment hat der Körper auch ein Problem, denn dadurch sind wir gehemmt in der Testosteronproduktion. Das männliche Hormon wird in kleinerem Ausmaß produziert, wie er es produzieren könnte. Das heißt, die Stresshormone blockieren auch dann bei einem Übermaß an Stress unsere männlichen Hormone. So, und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir eine Herausforderung. Das heißt, du gehst ins Training, du machst alles richtig, aber dein ständig erhöhter Stresspegel sorgt dafür, dass du nicht ausreichende Mengen an männlichen Hormonen produzieren kannst, Testosteron. Und schon haben wir ein Problem. Und schon ist mit dem Muskelaufbau nicht mehr viel drin. Und du bist am Verzweifeln und weißt nicht, was du tun sollst. Du gehst zum Arzt, du lässt dich untersuchen. Sie finden nichts raus, weil sie das freie Testosteron vielleicht nicht untersucht haben, weil sie mit dir nicht gesprochen haben, weil sie deinen Stresshormonpegel nicht gemessen haben. Ist dein Stresshormonpegel ständig so? Kann man messen. Kann man heute messen. Du kannst beim Endekinologen das messen lassen. Du kannst heute schon über eine Speichelmessung einschicken, kannst du es messen lassen. Und schon hast du einen Rückschluss darauf. Hey, verdammt nochmal, ich habe echt einen zu hohen Stresshormonspiegel. Und der löst dann genau die Bremse aus, die dafür sorgt, dass dein Training, das du machst, nicht im Muskelaufbau landet. Und jetzt ist die große Frage, wie kann man dagegen vorgehen? Was kann man jetzt hier machen, damit du wieder mehr Testosteron produzierst? Damit du wieder mehr Power hast? Und da gehen viele her und kommen mit der chemischen Keule und sagen so, da werden wir irgendein Hormonpräparat nehmen, das wird schon helfen. Ja, super, es hilft natürlich, das Symptom zu behandeln, aber die Ursache ist nicht behandelt. Und die Ursache bedeutet für dich, dass sobald du dieses Präparat absetzen würdest, würdest du wieder verfallen in die alten Verhaltensmuster. Das heißt, du hättest den gleichen Körper vorher. Es wird sich nichts ändern. Und genau aus diesem Grund ist immer zu überlegen, wie bekommen wir unseren Stresshormonspiegel in den Griff. Da gibt es einmal die Möglichkeit, Spaziergänge zu machen. Dann gibt es die Möglichkeit, zu meditieren. Dann gibt es die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass man sein Verhaltensmuster ändert. Wenn du perfektionistisch veranlagt bist, dann heißt das natürlich, mal zu gucken, wie kriegst du deinen Perfektionisten in den Griff. Dein Perfektionist verlangt immer 110%, 120%, also mehr wie 100%, was es in der Regel sowieso nicht gibt, sondern 100% ist das Maximum. Also gibt es schon mal von mir den Tipp, überleg mal, muss dieser Perfektionist sein? Nummer eins. Das nächste ist, was löst noch Stress aus? Ständige Forderungen an uns selbst. Es muss so und so sein, wenn es nicht so und so ist, wenn ich das nicht so und so mache und nicht die Qualität so und so am Ende der Arbeit ist, dann ist es schlecht und dann ist es nicht gut und dann ist es bescheiden und ich bin nicht gut. Löst Stress aus. Dann haben wir Forderungen. Wir haben ständig Forderungen, dass wir sagen, okay, die Menschen da draußen müssten sich so und so verhalten. Meine Kinder müssten sich so und so verhalten. Meine Frau muss sich so und so verhalten. Mein Chef muss die in die Verhaltensweise haben. Ich glaube, das fordere ich. Ich möchte, dass es so ist, aber die Menschen müssen das nicht. Nein, sie müssen nicht unseren Forderungen entsprechen. So, wie kann man das lösen? Indem wir darauf achten, dass unsere Forderungen überhaupt erfüllbar sind. Unsere Forderungen an uns selber und die Forderungen an unsere Mitmenschen. Sind die überhaupt für die Menschen umsetzbar? Darf ich das überhaupt verlangen? Dann stellt man ganz oft fest, nee, diese Menschen müssen diese Forderungen nicht erfüllen. Auf gar keinen Fall. Ich muss auch nicht immer der Perfektionist sein. Kann ich auch nicht. Muss auch nicht sein. Denn das setzt mich ja ständig unter Stress, ständig unter Druck. So diesen Mittelweg zu finden, das ist die Herausforderung. Die goldene Mitte. Die haben wir alle schon gehört, die goldene Mitte. Und das ist in der Tat so, dass wenn wir die goldene Mitte finden, in diesen Bereichen, was unsere Forderungen anbetrifft, was unser Perfektionismus anbetrifft. Denn ein bisschen Perfektionismus kann nicht schaden. Ja, ein bisschen Angst zu haben kann auch nicht schaden. Ganz angstfrei durchs Leben zu laufen, völlig forderungsfrei, ganz ohne minimale Forderungen. Auch das ist schwierig. Und da gilt es, die goldene Mitte zu finden. Dass aus der Angst keine Blockade wird. Dass aus dem Perfektionismus keine Krankheit entsteht. Dass aus dem hohen Anforderungsprofil, was wir uns selbst auferlegen und anderen Menschen, dass dadurch keine Krankheit entsteht. Das ist genau das, was wir brauchen. So, und jetzt habe ich dir natürlich viele Ideen mitgegeben, wo du sagst, hey, da sollte ich mal unbedingt drüber nachdenken. Oh, tatsächlich, ich bin echt perfektionistisch veranlagt. Stimmt, ich habe immer wieder diese Forderung, dass das, das und das funktionieren muss. Dass meine Mitmenschen sich so und so verhalten müssen. Wenn diese Forderungen nicht erfüllt werden, da bin ich jedes Mal schlecht drauf und bin jedes Mal schlecht gelaunt. Woher kommt die schlechte Laune? Vielleicht von einem Stresshormon. Von unseren, von meinen Gedanken, von meinen eigenen Gedanken. Es sind ja keine fremden Menschen, die mir diese Gedanken zuwerfen und sagen, denk mal so, das machen wir ja selbst. Woher kommen denn diese Gedanken? Warum bin ich denn so? Warum bin ich so veranlagt? Hm. Und das ist super spannend, das rauszufinden, die Ursachen. Die Ursachen herauszufinden, denn wenn ihr die Ursachen rausfindet, wenn du die Ursache herausfindest, dann hast du die sogenannte Wurzel gepackt. Und wenn du die Wurzel rausreißt, dann wird auch nichts mehr nachwachsen. Wenn du aber nur ständig oben das Unkraut abschneidest, wirst du dauerhaft keinen Erfolg haben. Und genau das ist deine Arbeit zum Thema, wenn der Muskel nicht wächst, dir darüber Gedanken zu machen. Nochmal zum Abschluss. Die Ernährung sollte funktionieren. Die Trainingstechnik sollte passen. Trainingstechnik heißt, wie sollten die Reize ausfallen? Welche Art von Training sollte ich überhaupt absolvieren? Wie lange sollten meine Pausenseinzen sein? Das sind alles Dinge, das ist die Grundvoraussetzung, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier alles erörtert, das passt alles, nichtsdestotrotz, der Muskelaufbau geht nicht weiter. Dann haben wir genau den Faktor, dass man sich über dieses Thema einmal Gedanken macht. Und dann bin ich mir sicher, dass du ein paar Sachen finden würdest, die ich jetzt gerade eben erklärt habe. Und wenn du jetzt sagst, lieber Andreas, weißt du was, aber ich habe keine Zeiten, keine Lust, mich mit dem Thema bis zum tiefsten beschäftigen, kann ich deine Hilfe in Anspruch nehmen? Ja, das kannst du. Das ist natürlich meine Arbeit. Also bei allen meinen Coachings fließen die Sachen immer mit ein. Da wird immer abgetastet, ist das mit ein Grund, warum es nicht funktioniert. Und dann finden wir immer eine Lösung. Ob dann die Lösung das ist, was du dir gerade wünschst, ist eine andere Sache. Das wird sich herausstellen. Aber du hast jetzt die Chance zu sagen, Andreas, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Wie geht das? Dann gehst du einfach unten in die Shownotes, unter Bemerkungen findest du meine Landingpage. Und da kannst du deinen ersten unverbindlichen Beratungstermin eintragen. Dann hast du den krassen Vorteil, dass du dir über diese Dinge nie mehr Gedanken machen musst. Du kriegst das Wissen von über 30 Jahren von mir. Du kriegst das Wissen von über 50 Fort- und Weiterbildungen und Ausbildungen. Du kriegst das Wissen von über 25.000 erfolgreich beratenden Coaches und davon über 8.000 online. Das ist alles für dich und wartet auf dich. Jetzt bist du dran. Einmal eintragen und dann haben wir in Kürze ganz viel Spaß miteinander. Bis dahin wünsche dir alles Gute und freue mich von dir zu hören. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Sos campus märkt. Bis dann.